so heute sind wir am altus knipp ja am altus knipp man sieht das kreuz im hintergrund schöne aussicht heute morgen ein bisschen neblig was hast du gesagt du sollst nicht so viel wackeln das mag die kamer du weißt ich schneide das sowieso ich weiß dass du das rausschneidest der schirm war wahrscheinlich überflüssig aber weißt du lieber überflüssig den mitgeschleppt die notwendig haben und dann vergessen haben ja du bist ja außer atem was ist los mit dir kraucherlunge du brauchst nicht doch früher du machst sport das war auch mal du bist knapp über 30 ich bin knapp 50 habe in letzter zeit hier wie ja keinen sport mehr gemacht rauche wie ein schlot und fang noch nicht mal über das kühlen an nachzudenken und dann und dann und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020